Hallo, hier ist euer Sorglosmakler Joe Einicke und ich freue mich heute eine neue Immobilie präsentieren zu dürfen. Westlich gelegen vom Iletal, in eines der beliebtesten Wohngegenden Burks, befindet sich die 2014 kernsanierte Doppelhaushälfte. Der Bauwagen als persönlicher Rückzugsort sorgt für maximale Entspannung und Momente der Ungestörtheit. Das Grundstück hat eine Fläche von 806 Quadratmetern und bietet etliche Möglichkeiten zur freien Gestaltung. Die Fläche von ca. 25 Quadratmetern sorgt für maximale Entspannungsmöglichkeiten im Wohnzimmer. Die Doppelhaushälfte hat eine Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern und verfügt über vier Zimmer. Das 2014 sanierte Badezimmer wurde mit einer Badewanne und einer ebenerdigen Dusche ausgestattet. Ja, hat euch die Immobilie gefallen? So könnt ihr euch unter dem Video angeführten Link euch als VIP-Kunde eintragen lassen, um somit Exklusivzugriff zu Zahlen, Daten, Fakten drei Tage vor der Vermarktung sichern. Euer Sorglosmakler Joe Einicke. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir.